Hi! AndyCubic hat mir den Photon Mono X6K vorab zugeschickt, damit ich schon mal ein bisschen an dem Ding rumtisten kann. Und ich dachte ich zeig euch immer so ein kleines kurzes Aufbauvideo. Manche finden das ja eher langweilig, von daher halten wir das ganze recht kurz. So erstmal alles grob ausgepackt. War wie immer super geschützt alles. Hier die Build Plate, die ist so leicht schraffiert. Das riesen Wett und wie es sich gehört alle Schutzfolien ab. Weil es einfach viel geiler aussieht. Die Schutzfolie vom Wett auch natürlich ab. Und der Display hat auch eine drauf. Die mache ich persönlich immer sofort runter. Es ist aber auch eine Schutzfolie mit dabei, die ich aber nicht nutze. Das Wett ist bereit. Wie gesagt ist schraffiert. Das haftet super. Kopf rein. Immer dran denken, alles schön festschrauben. Und dann fangen wir mal an das Ding zu leveln. Erstmal auf die Homeposition fahren. Warten. Immer schön die Schrauben über Kreuz anziehen. Damit sich der Kopf währenddessen nicht verzieht. Auch die andere Seite. Und dann kann das Becken auch schon rein. Auch hier bitte dran denken. Schraube rechts, Schraube links. Sonst habt ihr nachher eine riesen Sauerei. Jetzt sind das Ding jetzt soweit fertig. Jetzt können wir uns auch schon das Cosine packen. Schön schütteln vorher. Und Rind damit. Das war eigentlich der Aufbau. Und jetzt kann es losgehen. Ich freue mich euch demnächst ein paar Drücke zu zeigen. Machts gut. Ich 그래 dir nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020